so weiter geht es heute mit dem stattfinden in unserer karriere bei grid los geht's wir fangen an mit der grid world series das ist das erste ding was wir fahren müssen definitiv wir fahren sie von oben weg würde ich sagen es wird eine lange karriere aber es wird hoffentlich spaßig kurzfristig ist ja wir müssen okay wir müssen juni ja hier kann ich war gefangen habe touring also tatsächlich mit der tc2 oben so hat jemand als erstes für ein auto der beste wäre der hier dann holen wir uns hier noch den subaru mit dem fahrer das ist wo fangen wir denn mit silberstone silberstone so machen wir weiter was sollten wir bei dieser strecke erwarten vielen dank alex also wir haben hier eine klassische rennstrecke wir sehen ja bei der grid world series alle möglichen veranstaltungsorte und rennarten aber strecken wie diese wurden speziell für rennsport design gebaut und getestet danke christen wir melden uns gleich zurück mit dem start was wird das für ein rennen werden so fangen wir jetzt hier sind qualifizierende runde oder was sieht so aus gleich mit dem die 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 und die die wie wir das jetzt machen, wie ich die Feuerlinge mache. Das ist halt zwischendurch, ja, wir sind vorne. So, reicht es, um ganz nach vorne zu fangen? Nein, zweiter, scheiße. Ein bisschen was verloren am Ende. Eine halbe Sekunde, eine halbe Sekunde, naja, gehen wir hin, trotzdem. So, ein, drei Runden fahren wir, auf jeden Fall. Schön gewünschtes Feld. So, der Kollege, ah, schon ein bisschen was verloren hat. Aber wir bleiben dran an die Maude hier. Wird sich irgendwie das Auto verlieren? So, schon vorbei gedrückt, da wieder auf zwei. Jetzt hole ich mir den Kollegen da vorne hoffentlich. So, ich weiß nicht. So, ich weiß nicht. Oh, da flog der Flügel, der Flügel von ihm. Gute Arbeit in der ersten Runde. Du bist auf dem zweiten. Ja, mal gucken, ob ich da wieder reinkomme. So. So, ich bin ein bisschen besser angebremst jetzt. Was hast du nie? Holt ihr die Führung. Das ist die letzte Runde. Schön vorbeigbremst. und Es ist ganz wichtig hier durchzukommen. So stellen wir sich doch einen Ausgang vor. Viele Punkte. Das fährst du auf zwei Sekunden. Endprozession zweite. Tatsächlich, durch die zwei Sekundenstrafe sind wir doch noch auf zwei zurückgefallen. Scheiße. Da bin ich nicht weggekommen. Scheiße, tatsächlich durch diese Zeitschrafe. Das ist mein Teamkolleg, aber trotzdem ist es ärgerlich. Ah, es ist ärgerlich. Scheiße, zwei Sekundenstrafe. Aber die habe ich selber mit zuzuschreiben. Scheiße, naja, egal. Die hätte ich mir gerne noch geholt, den Sieg. Naja, so kann man das auch ein bisschen weg. Komm, ich bin mir da mal schuld. 500 Punkte. Ist das noch ein Rennen? Ja, Böö. Böö und Setsch, okay. Zwei Runden, ja, ja. Das Rennen müssen wir gewinnen. Ich vermute, dass wir ganz hinten schalten müssen. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Christen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter vier Augen. Genau, umgekehrte Reihenfolge. Also, soweit, jetzt haben wir noch eine Chance, dass ich noch zu gewinnen bin, aber hier, soweit wir wirklich nach vorne fahren müssen. Ach, der blöde Audi da vorne, der bremst mich bis weg. Wow, da. Was ein Kämpfe, Junge. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde zwei. Die neun, momentan. Oh, da flog ein Flügel. Jetzt verdrück ich mich da ein bisschen vorbeig. Ja, danke schön, wir sind wegschießen. Da muss ich noch eine Runde setzen. So, jetzt unser Kollege ist jetzt ziemlich verkinkt. 15 Das ist die letzte Runde, mach Druck. Bin dabei. Das ist die letzte Runde. Das ist die letzte Runde. Scheiße. Scheiße. Trittert. Obwohl, dreifach sieg für die Subaru, aber trotzdem. Knopf dahinter. Egal, trotzdem gut. Zweite und dritte. So, ganz einfach nicht vorneweg. Na ja, passt schon. Gut, gute Punkte. So, jetzt hoffe ich, dass ich dieses Ding noch gewonnen habe. Irgendwie. Yes. Die Gesamtserie haben wir gewonnen. Weil wir den schon im letzten Rennen nach Hause geschickt haben. Gut. Gut, das erste Ding noch mal gewonnen. UK Open. Und weiter geht's morgen mit der TCC 2. So, Turing Cup 2 Asien mit 2 Rennen. Hmm. 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 Und weiter geht's. Okay. Okay.